Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe jetzt die ganzen Sachen von dem Goblin Event jetzt hier noch in einem Video zusammengefasst. Also es sind eigentlich jetzt die restlichen Sachen, die ich noch überhabe. Inklusive dann drehen, Padbücherkisten öffnen und so weiter und so fort. Also da ist noch ein bisschen was dabei, was ich euch natürlich noch gerne zeigen möchte. Und naja, wir drehen gerade einen Zodiac-Bogen. In der Hoffnung natürlich wieder 36 DSS zu drehen, um den besser verkaufen zu können. Und was soll ich sagen? 41 DSS, 3,5 Menschen. Easy going, so schnell macht man eben 50 Wonde. Holen wir uns natürlich direkt den nächsten Bogen, versuchen den natürlich auch noch zu drehen. Und gucken, ob wir da nochmal was Geiles reindrehen. Vielleicht nochmal 40 plus oder sowas. Das wäre doch nice, so zwei Stück oder drei. Das wäre natürlich eine richtig gute Ausbeute zum Schluss nochmal am Ende des Events. Ja, wie gesagt, das Goblin Event war schon ein geiles Event. Man konnte viel DGA, DG Dev und so weiter farmen. Und vor allem Akseleratoren waren sehr nice. Die konnte ich gut für Bios nutzen, für den Sura. Da sind wir ja mittlerweile bei Tugis Tafeln. Aber man muss, ich muss einfach sagen, ich habe bei den Bio-Quests einfach überhaupt gar kein Glück. Ich habe mittlerweile schon über 60 Tafeln abgegeben. Und die blöde Biologen-Quest ist immer noch nicht fertig. Ja gut, es ist halt einfach typisch, ich bei Biologen-Quest. Aber, naja, was soll's. Jetzt drehen wir auf jeden Fall hier weiter. Der erste Haufen Zwitscher ist gleich durch von diesem Tag hier. Aber da kommen natürlich immer noch ein paar mehr, die ich überhabe. Jetzt sind wir noch beim Krieger, weil ich bin ja am Ende mit zwei Chars den Goblin Run gelaufen. Mit dem Krieger und mit dem Sura, das wisst ihr ja soweit. Und jetzt machen wir noch die Sachen beim Krieger hier fertig. Hier haben wir 30 D, es ist 10 DB gedreht und 10 Teufel. Das ist richtig ärgerlich. Wäre es 32 gewesen, hätte ich es gelassen. Aber 30, 10, naja, da habe ich mir gedacht, komm, egal, machen wir weg. Kriegen wir nicht wirklich für mehr verkauft. Und gerade weil Sodiak-Bögen plus 0 zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bis zu 7 Won gekostet haben. Also gefühlt so viel wie damals ein 30 D, es ist Bogen-Crab gekostet hat. Oder 36 gefühlt fast schon. Haben die halt jetzt plus 0 mit Crab-Werten gekostet. Einfach weil so, so viele Leute verzaubert B hatten. Und die halt alle in Sodiak-Bögen gesteckt haben. Kann ich nachvollziehen, ist die beste Sache, die man drehen kann. Weil wenn da was kommt, so wie hier, 41 D, es ist, hat man mal eben schnell 50 Won wieder gemacht. Ist halt eine geile Sache, ist einfach so. So, nächste Sodiak-Bögen natürlich geholt. Drehen wir natürlich weiter. Mal schauen, ob da nochmal was Schönes kommt. Natürlich hoffe ich es wie immer. Aber gut, auf jeden Fall, Pad-Bücher-Kisten machen wir gleich auch noch auf. Die Cores kommen noch dran und so weiter und so fort. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt noch sagen, bezüglich des Handelsprojektes, das geht ja jetzt auch zu Ende, wisst ihr ja im nächsten Part. Und ich habe mich jetzt entschieden, was ich machen werde. Und zwar Road to Hydra mit einem Ninja. Ja, das ist jetzt mein Ziel, was ich vorhaben werde mit dem nächsten Handelsprojekt. Wir werden den 110er Ninja, den ich habe, rein mit einem Handelsprojekt aufbauen. Die einzigen Sachen, die ich jetzt schon sagen werde, was inklusive ist, wird der Ice-Tally von mir sein, wird ein Band von mir sein und wird ein Pad von mir sein. Alles andere werden wir per Handelsprojekt aufbauen. Also das wird richtig heftig, gerade auch bezüglich jetzt Alchemie und so weiter. Dann Schlangenrüstungen, mal gucken, was wir als Dolche nehmen und so weiter. Also das wären mehrere tausend Won, die wir da wieder erhandeln müssen mit einem Handelsprojekt. Auf jeden Fall werdet ihr das dann sehen, sobald es dann losgeht. Ich schätze mal, Richtung Februar-Rund wird der erste Part des neuen Handelsprojektes starten. Aber wie gesagt, kein Level-Einsatzscharf. Wir nehmen den 110er Ninja, den wir bereits haben und den werden wir dann fertig machen. Gut, hier Titan-Schild gedreht, 12 Stärke, 20 Teufel können wir weiterverkaufen. Reicht für den Low-Level-Bereich. Dennoch komplett aus. Also für Jotun-Farm, was weiß ich oder so, keine Ahnung. Oder Herrscher, keine Ahnung. Kann man auf jeden Fall gut nutzen. Und deswegen habe ich das jetzt am Ende verkauft. Für drei Won, glaube ich, war es sogar. Ich habe es für einen Won gekauft, weil Edda kosten ja zu dem Zeitpunkt nichts. Weil gefühlt jeder Edda hatte. Deswegen haben wir sie weiterverkauft. Hier dann nochmal Crab, Crab und wieder Crab. Sehr schön. Dann der nächste Tag gewesen. Ich habe wieder Goblin gefahren. Kamen wieder einige Verzaubern-B zusammen. Heißt wieder einige Zodiak-Bögen drehen. Mal schauen, ob dieses Mal was kommt. Und ja gut, hier 9 DSS, 12 DSS, 15, 4. Ne, das sieht immer noch nicht so gut aus. Was halt auch noch nice ist, ich habe jetzt auf jeden Fall einen ordentlichen Steak grüne Drachenbohnen. Bedeutet, wenn ich irgendwann mal wieder Alchemie habe oder sonstiges, kann ich die Steine immer direkt hochziehen. Dann kriege ich nochmal ein bisschen mehr. Also sowas behalte ich auch ganz gerne. Es gibt viele Leute, die haben die tatsächlich bei der Gemi verkauft, weil sie einfach nicht handelbar sind. Aber Leute, dann kauft euch doch lieber einen mythisch matten Granat, falls ihr noch welche habt. Und zieht das Ding auf plus 4 und verkauft es für einen Wonen mehr. So wisst ihr. Man kann damit immer noch gut Geld machen. Also das so als kleinen Geheimtipp, falls ihr nicht wisst, was ihr mit nicht handelbaren Gegenständen macht. Nutzt sie einfach. Kauft irgendwas auf dem Markt, macht das fertig und verkauft es weiter. So könnt ihr auch mal 1, 2 Wonen damit machen. Wie zum Beispiel mit grüne Drachenbohnen. Habt ihr 400 Edda, ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Kauft euch einen Titani, macht 4 Bonis rein, verkauft es für einen Wonen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt genug Möglichkeiten, die ihr dann ausnutzen könnt, um das dann zu Won zu machen. Ja, so hab ich's zumindest größtenteils gemacht. Ich hab zwar jetzt noch genug Edda liegen für die Zukunft, aber wenn mal wieder ein bisschen teurer wird, die ganzen Sachen, werde ich meine nutzen. Also ich warte da zum Beispiel, weil ich einfach keine Eile mit sowas habe. Dennoch, der Zodiak-Bogen bis jetzt sieht nicht so gut aus. 21 D ist es dabei gewesen jetzt mal. Und ja, das ging mal diesmal ein bisschen in die Hose. 16 FK ist auch nichts zu gebrauchen. Also FK ist im Zodiak-Bogen, ihr wisst Bescheid, braucht man halt einfach nicht. Zu den Pet-Bücher-Kisten. Ja gut, in den letzten Videos, weiß ich nicht, ob ich's erwähnt hatte. In den Pet-Bücher-Kisten kann kein Monster-Häger rauskommen. Es ist offiziell, da kommt keins raus. Wenn irgendjemand sagt, der hat eins rausgekriegt, das stimmt nicht. Es kommt kein Monster-Häger raus. Er hat da normale aufgemacht oder andere. Aber nicht die aus dem Goblin-Event. Das Einzige, was rauskommt, ist Hindernis. Alles andere kommt nicht raus. Also Monster-Häger kommt halt nicht raus. Dennoch, Hindernis ist immer noch eine interessante Sache. Da kriegt man ein bisschen One mit. Oder Beschleunigung ist derzeit auch ein bisschen was wert, weil viele halt Magie-Klassen machen. Und Beschleunigung ist halt ein netter Skill. Und ja gut, hier haben wir jetzt nochmal die Cores aufgemacht. Und dann upen wir den Rest davon auch noch hoch. Wir fangen an mit den Onyxen. Und da machen wir erstmal ein paar Fails, ein paar erfolgreiche. Das sind natürlich jetzt nicht so die wichtigeren Tracks für euch. Granat und Saphir behalte ich übrigens, weil ich damit ja auch Altie auflade. Und da fragen sich auch immer viele, warum ich überhaupt mit Antiken auflade. Ganz einfach, ich erkläre es euch jetzt einfach mal hier, während ich Altie-Me im Hintergrund upe. Und zwar, ich lade Altie-Me mit Antiken auf, weil wenn ich jetzt die Zeit nehmen würde, um Cores zu farmen, würde ich in der Zeit als Beispiel auf der Schlangen-Map-Farm, würde ich deutlich mehr Won-Umsatz machen, als wie die Kosten für die Antiken entstehen würden in diesem Zeitraum. Und deswegen lohnt es sich für mich, mehr Antike zu nehmen zum Aufladen. Weil wenn ich die Zeit für das Core-Farm investiere, habe ich natürlich Verluste beim Farmen selber, wenn ich aktiv farmen würde. Denn Cores-Farm geht halt nur mehr aktiv nur. Und deswegen lade ich mit Antiken auf, weil das einfach mehr bringen würde, wenn ich da aktiv dann was anderes farmen würde, als Cores zu farmen. Und daraus kommt das Resultat dann, dass ich mit Antiken auflade. Aber wie gesagt, nur mit Saphiren und Granate, sobald sie halt unter 60 Kaka sind. Darüber kaufe ich zum Beispiel auch keine. Also das wäre mir dann persönlich auch zu teuer. Und da warte ich halt immer bis ordentlich was auf dem Markt ist, kauf die alle weg, dass ich irgendwie 3-4 Chars voll habe. Und dann, ja, nutze ich die dann dementsprechend. Auf jeden Fall, hier seht ihr dann so ein bisschen die Ausbeute, was rausgekommen ist. Ein perfekter Matta-Rubin ist dabei gewesen. Also ganz nice. Zu guter Letzt machen wir dann nochmal die letzten Switcherchen hier. Und ich glaube, das sind dann die letzten Clips von dem Goblin-Event. Also dann haben wir das Ganze auch schon geschafft hier. Das war ein mega geiles Event. Ich meine, jetzt gerade ist es schon lange her, das Goblin-Event. Aber ich habe nur mal ein paar Aufnahmen noch davon. Und die möchte ich euch natürlich zeigen, weil ich euch natürlich alles zeige, was ich mache. Ne, ist ja logisch. 27 DSS, 8 DSS. Also nichts Besonderes hier bis jetzt. Komm mal. Und 25 Switcher noch. 5 FKS, 15, 23. Nichts Gutes. 2 FKS. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Komm, hau nochmal einen schönen Sodiapunkt hier raus für uns, den wir verkaufen können. Und Gott sei Dank. 36 DSS, 3 DB, 10 Teufel. Nettes Teil, 9 geholt. Haben wir nochmal ein bisschen was gemacht. 30 Wons circa, kriegen wir locker für den. Also da mache ich mir keine Sorgen. Und den letzten Sodiapunkt versuchen wir auch nochmal was reinzukriegen. 36, wie gesagt, Minimum. Bis daher. Und ja, letzten 5 Switcher. Dann sind wir durch hier. Und 2, 1 und der letzte. Ja, war wohl nichts. Schade drum, würde ich sagen. Aber trotzdem sage ich, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, da würde mich freuen. Abo. Und falls ihr Bock auf Tigers habt, meldet euch gerne bei mir in Discord. Dann sende ich euch ein paar Codes zu. Und falls ihr Bock auf Germania habt, oder in der Beschreibung gibt es einen Registrationslink. Damit unterstützt ihr mich ebenfalls kostenlos. Ansonsten würde ich sagen, haut da rein. Euer Simply. Ciao, Freunde.